Hallo Freunde, normalerweise kennt ihr mich ja nur aus Reels auf Instagram oder halt Shorts auf YouTube. Da ich jetzt im Urlaub bin und keine Reels und Shorts machen kann, habe ich mir gedacht, ey, ich nehme einfach ein paar Vlogs auf aus New York. Heute zeige ich euch so, was wir den ganzen Tag hier in New York essen, wo man hingehen kann, wie das so ausschaut. Jetzt fahren wir nach, ich glaube Chelsea, dort gibt es einen Diner, dort frühstücken wir jetzt gleich erstmal. Let's go! So, nach einer langen Fahrt sind wir jetzt angekommen im Empire Diner. Ja, ich habe auf jeden Fall schon richtig Hunger und einen Kaffee brauche ich auch langsam, weil wir jetzt schon recht spät haben, so 9 Uhr. So, hier scheint echt eine Menge los zu sein und es war auch eine Menge los, weil wir alle haben uns jetzt gefragt, ob wir reserviert haben. Haben wir natürlich nicht, woher sollen wir das auch wissen? Wir denken, das ist nur ein Diner, okay. Und ja, wir gucken uns jetzt erstmal die Karte an, es sieht auf jeden Fall mega schick aus hier drin. Ich kann hier leider nicht filmen, weil zu viele Leute dort sitzen und die darf ich ja nicht filmen, sonst kriege ich ja ein bisschen Ärger und so. Aber schon schön hier, schon schön. Bei diesem Diner hier ist es mit dem Kaffee, den musst du extra bestellen, den kriegst du hier nicht nachgekippt. Normalerweise kriegt man hier Kaffee immer so in diesen Diners und dann Free Refill. Ich glaube, das ist hier ein bisschen anders, aber der hat ordentlich Zucht, der hat sich das Ding hier. Ja, der macht wach. Okay, das hat jetzt ungefähr nur 5 Minuten gedauert, bis wir das Essen bekommen haben. Sieht auf jeden Fall schon mal richtig nice aus. Also Ex-Benedict habe ich bestellt, das ist mit Sauce Hollandaise. Das ist ein amerikanischer Klassiker, da werden die Eier pochiert mit, hier ist Schinken unten drunter und diese Toasties. Kartoffeln dazu, ich kenne es auch mit Fries. Es ist gut, dass es jetzt Kartoffeln sind, weil Fritten kriegst du in Amerika irgendwann einen Koller. Und Polina hat sich ein Omelette bestellt. Ja, ich zeige euch jetzt einfach mal das Essen. Das sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Okay, dann wollen wir mal probieren, wie es denn schmeckt. Ich gehe direkt rein. Was man schon sagen kann, ist, dass der, das ist wie so eine Art Schwarzwälder Schinken hier drauf. Das ist, das finde ich, total untypisch, weil normalerweise kommt da Bacon drauf, Ex-Benedict. Das heißt, das lässt sich schon sehr schlecht schneiden. Okay, probieren wir mal an die Kartoffeln. Oh, die sind gut. Und es gibt Salat dabei. Auch mega untypisch. Also, es scheint mehr so ein modern Diner hier zu sein. Sogar ein bisschen spicy. Ein bisschen Chili drauf. Mh, dann guckt euch das mal an. Amerikanischer Speck. So nice. Mh, den haben wir wohl extra bestellt. Für Frühstück um halb zehn ungefähr ist es natürlich heftig. Danach bist du erstmal bei den nächsten fünf bis sechs Stunden satt. Das ist jetzt mal zu Ende. Fazit gibt es gleich. Ja, wir haben jetzt für das ganze Essen, haben wir bezahlt, umgerechnet 65 Euro. Meiner Meinung nach auf jeden Fall mindestens 20 zu viel. Weil das war jetzt wohl ein Diner, was ein bisschen, ein bisschen gehobener ist. Sagen wir mal so. Also nicht so klassisch, wie man das kennt. Schade eigentlich. Es war vom Essen gut. Aber der Preis ist halt, na klar. Wir sind in New York. Da muss man damit rechnen. Und wir gehen jetzt zu den Highlines. Danach gehen wir ein bisschen shoppen. Dann steht heute noch Freiheitsstatue an. Und dann kriegen wir bestimmt zwischendurch nochmal Hunger. Also bis gleich. Okay, wir sind jetzt hier, ich weiß gar nicht, wo wir sind. Im Empire Outlet, Staten Island. Und wir haben so ein kleines Fingerschen für zwischendurch. Und für kleines Fingerschen zwischendurch, was isst man da in Amerika? Genau, Hotdog. Den werden wir uns jetzt gleich auf jeden Fall mal einverleiben. Und du wolltest einen Korndog, ne? Korndog. Ja. Also einen Hotdog und einen Korndog. Can I get classic Hotdog? Einen Hotdog? Einen Hotdog. Was bedeutet das mit Kombomail? Einen Hotdog mit Freize. Nur Freize. Freize? Ah, okay. Dann ein Hotdog, classic. Du hast Korndog? Ja. Ja, ein Korndog und ein bisschen Snapple-Eistee. Welcher Flavor hast du? Ein zweites. Ja, okay. So, wir setzen uns mal irgendwo hin hier. Und dann schnabulieren wir mal die Kleinigkeit für 15 Dollar. Okay, so sieht der Hotdog aus. Ganz klein. Und das da hinten ist die Bude. Ich muss sagen, der schmeckt ganz gut. Wir haben gestern schon so einen kleinen gegessen. Da war die Wurst so komisch. aber was immer wichtig also was man sich merken kann diese gelben autos die sind ganz geil also ich würde sagen schmeckt die musik mal gucken wo wir gleich was richtiges schnabulieren wir essen mal zu ende guten bis gleich so wir waren jetzt schön weihnachts shopping machen wir sind in irgendeinem outlet gelandet und wir haben natürlich übel zunge und direkt an unserem hotel gibt es für mich die beste burger kette der welt kann man mich jetzt auch für steinigen wendys da gibt es den sogenannten baconator den gönnen wir uns jetzt so was von das könnt ihr euch vorstellen so wir haben hier so ein bestell das kennen wir ja aus mcdonald's und ich möchte jetzt einfach ein bacon bestellen so baconator da das hat jetzt alles ein bisschen länger gedauert hier sehen hier immer so aus ein bisschen ungeschält von oben aber das ist ganz normal hier in amerika fehlt ein bisschen salz ich muss sagen dass wenn ich sie jetzt glaube ich nicht das beste was wir ausgesucht haben aber schauen wir mal der burger ist auf jeden fall frisch ja dann würde ich sagen probiere ich das ding mal das ding qualmt noch das ding qualmt noch also ich finde es mega für mich der beste burger den es gibt ich sag's euch wie es ist das ding schmeckt so geil dieser käse da drin klebt richtig am gaumen das fleisch ist halt hier gegrillt frisch gegrillt die burger buns sind ganz weich so muss das sein lecker ja ich glaube das war's für heute oder gehen wir gleich noch was essen aber wir gehen noch zum weihnachtsmarkt ist gleich hier und wendys kann ich immer nur empfehlen guckt aber bitte vorher auf google oder auf tripadvisor oder jelp guckt euch mal die bewertungen an in welches wendys ihr fahrt denn nicht alle wendys sind gut hier wir haben jetzt auch eins erwischt was von der sauberkeit her nicht die nehmen es hier nicht so ernst aber so ist das hier in den staaten von daher aber der burger schmeckt von daher esse ich wieder auf wir sehen uns gleich so wir sind jetzt in new york auf einem weihnachtsmarkt gelandet und ja auf dem ersten anschein sah das so aus wie so ein deutscher weihnachtsmarkt wo man so ganz viele sachen kaufen kann mittlerweile entpuppt sich das hier als internationales street food festival ganz anders wie bei uns und wir drehen mal eine runde und dann schauen wir mal was es hier so zu essen gibt hier ist auf jeden fall eine menge menge los dann schauen wir mal was wir so abgrasen können hier in new york auf dem weihnachtsmarkt tausende kilometer geflogen um auf einem weihnachtsmarkt in new york eine german bratwurst zu essen das ist natürlich der ultimative test also der bruder wenn das nicht schmeckt gnadenlos gnadenlos bewertet ich bin gespannt german bratwurst wir stellen uns hier mal an bis gleich wenn wir dann wenn man dran sind auf jeden fall das interesse ist groß so freunde also german bratwurst und jetzt zeige ich euch mal wie eine german bratwurst in new york aussieht es ist eine bratwurst mit senf und sauerkraut also mit selben von sauerkraut keine ahnung ich probiere das ding jetzt mal hauptsache hier deutsches fähnchen das brötchen ja okay fühlt sich schon mal erstmal wie ein brötchen an das hat nichts mit deutsch zu tun aber die wurst die wurst ist kacher die wurst ist echt kacher aber 9,50 also wer sich schon mal aufregt dass auf einem deutschen meintachsmarkt die bratwurst 5 euro kostet oder 4,50 der kommt mal nach new york also ich würde sagen hier kann man das noch mal sehen die ist richtig gut gewürzt ich gehe davon aus dass die besitzer deutsch oder importiert ich weiß nicht schmeckt aber bombe krass hätte ich jetzt nicht mit gerechnet guten so das war auch der weihnachtsmarkt in new york also zumindest einer der vielen die es hier anscheinend gibt german bratwurst war lecker kraut hätte man weglassen können wir machen uns jetzt auf den weg langsam nach hause ins bettchen denn wir sind müde wir haben wieder extrem viel kilometer abgerissen und das war quasi ein food vlog was man hier den ganzen tag so über essen kann oder was wir essen genau wenn es euch gefallen hat jetzt kann ich das auch sagen daumen nach oben und das plus weg super bis zum nächsten mal und und reingehoben tschüss